Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über unser Verhalten auf der individuellen Ebene, also was wir so im Alltag tun und lassen. Das ist offengesprochen etwas, über das ich nicht mehr ganz so gerne rede, aber jetzt mache ich es doch. Also aus Gründen geht es hier im Kanal meistens um Strukturen und Institutionen und Verfahren und eben nicht um Ethik. Also was tut man, was lässt man, was ist gut, was ist falsch, was ist richtig oder irgendwie so. Also aus Gründen, die jetzt hier zu viel wären, wenn ich sie erläutern würde, zumindest mir im Moment ist es zu viel, möchte ich jetzt doch nochmal auf etwas eingehen, nämlich auf Freundlichkeit im Alltag und was verhindert eigentlich auf der individuellen Ebene, vielleicht kriege ich auch noch hier in diesem Video die Brücke zur strukturellen Ebene hin, vermutlich ja, weil das geht mir jetzt mittlerweile ganz flott von den Lippen, also das Reden über die strukturelle Ebene und nicht über die individuelle Ebene. Aber Fokus oder Kern ist hier die individuelle Ebene, also sozusagen als Einzelne. Was hält uns davon ab, freundlich zu sein zu anderen Menschen? Da kann man natürlich schon eine Frage stellen, ja Freundlichkeit, ist das denn überhaupt irgendwie so immer gut oder so? Spare ich mir hier auch, ich setze das jetzt einfach. Freundlichkeit ist eine der zentralen Dinge, die wir heutzutage alle brauchen voneinander, alle Menschen. Und Unfreundlichkeit ist eines der größten Probleme, die wir heute haben, aus meiner Sicht. Und jetzt ist die Frage, was hält uns davon ab? Und es gibt ganz viel, was uns davon abhält, freundlich zu sein. Da könnte ich jetzt wirklich aus dem Stand x Dinge aufzählen, die dazu führen, dass wir selbst unfreundlich agieren mit anderen Menschen und oft auch mit uns selber im Alltag. Aber es gibt eine ganz zentrale Sache, die uns zur Unfreundlichkeit bringt und die ist vielleicht alles andere als naheliegend oder banal oder allgemein gut oder so. Und das ist tatsächlich, wir sind damit beschäftigt, Pläne auszuführen oder Vorstellungen zu erfüllen, Erwartungen zu erfüllen. Und das ist etwas, das uns abhält davon, freundlich zu sein. Und das sagt auch wiederum ganz viel über uns, also über uns Menschen, als auch über die Freundlichkeit, was Freundlichkeit ist. Wann ist ein Mensch freundlich? Ich würde immer sagen, wenn er sich die Zeit nimmt und den Raum nimmt, uns wahrzunehmen in unserem momentanen Zustand und auch in dem, was die Dinge, mit denen wir gerade zu tun haben, für uns selbst bedeuten, also mit der berühmten Innenperspektive. Also sozusagen, in welchem Zustand sind wir, was ist unser eigener Fokus, womit kämpfen wir gerade, was ist aber auch gerade ganz toll für uns, worauf setzen wir unsere Hoffnungen. Also kurz gesagt, das Wahrnehmen dessen, wo ein Mensch gerade ist und was er gerade selber will, ist Freundlichkeit. Und zwar voll umfassend. Man kann auch die Defizite, was ein Mensch nicht gut kann oder gerade nicht mag oder so, wahrnehmen. Und es ist trotzdem freundlich. Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern ist sogar ein Teil von Freundlichkeit und macht die Freundlichkeit noch größer und stärker. Also sozusagen zu sehen, was ein anderer Mensch gerade nicht will oder nicht kann. Und das, und jetzt wird es entscheidend, wertungsfrei wahrzunehmen. Und zu sagen, okay, ist so, ist bei dir gerade so, okay, ist für mich vielleicht erst mal irritierend oder ungewöhnlich oder hätte ich nicht gedacht oder für mich wäre es ganz anders oder habe ich nicht erwartet oder so. Aber für dich ist es so, das ist ein Teil von Freundlichkeit. Also kurz gesagt, sich die Zeit zu nehmen, Menschen wahrzunehmen, wie sie sind, ist Freundlichkeit. Warum beißt sich das mit Plänen? Wir Menschen haben nur sehr begrenzte Aufmerksamkeit. Sehr, sehr, sehr begrenzt. Und alles, was begrenzt ist, ist dem Ökonomischen zugänglich. Also die Ökonomie oder Ökonomik, wie ich sie mal kennengelernt habe oder wie sie mir an der Uni vermittelt wurde, nicht im Fach BWL, sondern tatsächlich im Fach Philosophie, handelt vom Umgang mit begrenzten Ressourcen. Und Aufmerksamkeit, unsere eigene Aufmerksamkeit ist eine solche begrenzte Ressource. Wir haben davon verdammt wenig, relativ zu den unzähligen Dingen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten könnten. Darunter sind auch unsere Mitmenschen und ihre aktuellen Zustände. Also sozusagen aus unserer Perspektive ist das, was wir alles gerade im Kopf haben können, was wir gerade mit unserem Bewusstsein fokussieren können, unendlich vieles. Wir könnten uns jetzt mit dem beschäftigen oder dem beschäftigen und dem beschäftigen. Und darunter ist eine Sache, in Anführungszeichen, die aktuellen Zustände unserer Mitmenschen, die uns umgeben. Wir könnten also sagen, unsere Freundlichkeit ertrinkt oder geht unter in der Fülle der Möglichkeiten, womit wir uns befassen können. Und wenn wir jetzt also auch in institutionelle Zusammenhänge eingebettet sind, die uns also sehr viel vorschreiben, also sehr viele so Erwartungen haben, Dinge, die wir erfüllen müssen. Wir sind also sozusagen selber in einem Korsett von Erwartungen. Wir befinden uns in einem Gefängnis von Erwartungen. Wird es uns strukturell, da sind wir jetzt wieder bei Strukturen, unmöglich gemacht, freundlich zu sein. Also man kann sehen, man kann wirklich dabei zuschauen, wie Menschen, die dieses Korsett von Erwartungen eingesponnen sind, nach und nach ihre Freundlichkeit verlieren, selbst wenn sie sie vielleicht am Anfang hatten. Das ist also nicht möglich für uns Menschen, und zwar aus aufmerksamkeitsökonomischen Gründen, gleichzeitig freundlich zu sein und Pläne zu erfüllen. Deswegen sind zum Beispiel auch alle sowas wie Lehrpläne menschenfeindlicher Schwachsinn. Das ist noch zu schwach ausgedrückt, noch zu freundlich ausgedrückt. Wenn ich sage, Lehrpläne sind menschenfeindlicher Schwachsinn. Kein Mensch braucht Lehrpläne. Warum haben wir Lehrpläne? Die Idee hinter Lehrplänen, so wie ich es mir rekonstruiere, ist, es soll Standards geben. Und es sollen alle Menschen, auch Menschen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, herangeführt, damit ein gemeinsamer Grundstandard erfüllt wird. Und dann nähert man die sehr verschiedenen Menschen mit ihren sehr verschiedenen Voraussetzungen nach und nach diesem gemeinsamen Standard an. Also sagt man dann, was weiß ich, ein Schüler der 9. Klasse der Realschule oder des Gymnasiums oder der Hauptschule oder der Sonderschule, Förderschule, sollte in der 9. Klasse das und das und das können. Ja, sowas steht dann in Lehrplänen. Ja. Da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja. Das vergibt so viele Chancen, die da sind, so viele Interessen, die auch bei jungen Menschen da sind, von Natur aus. Ja. Die einfach dann nicht wahrgenommen werden können, weil der Lehrplan erfordert gerade was anderes. Während den Kindern gleichzeitig, weil sie jetzt momentan das noch nicht oder vielleicht auch nie erfüllen, was dieser Lehrplan abstrakt, den irgendwann irgendwer irgendwie aufgestellt hat, was dann ein Mensch in der 9. Klasse irgendeiner Schulform können soll, spiegelt diesen Menschen die ganze Zeit, er ist defizitär, weil er kann was nicht, was er können sollte. Das ist menschenfeindlich. Und ich weiß nicht, welche der beiden Aspekte der menschenfeindlichere ist. Menschen permanent zu spiegeln, dass sie defizitär sind, weil sie was nicht können, was der Plan aber sagt, was sie können sollen. Oder, nach meiner Wahrnehmung, noch schlimmer wahrscheinlich, die vielen tollen Dinge, die ein Mensch mitbringt, überhaupt nicht zu würdigen, weil sie in diesem Lehrplan keinen Raum haben. Also, diese ganzen verpassten Entwicklungschancen, die aber da sind, die also ganz natürlicherweise da sind, die aber nicht genutzt werden können, weil es muss ja der Plan erfüllt werden. Das ist aber nur ein Beispiel. Ja, Lehrpläne sind ein besonders schreckliches Beispiel für, ja, friendliness is what could happen while we are busy fulfilling plans. Weil während wir damit beschäftigt sind, Pläne zu erfüllen, hätten wir auch gleichzeitig freundlich sein können. Ich sage es mal von der ganz positiven Seite. Also, vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Schulen des, weiß ich nicht, Umgangs mit Menschen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Also, es gibt ja ganze, ja, weiß ich nicht, Systeme oder Philosophien, wie Menschen gut mit Menschen umgehen können. Da gibt es nicht nur eine, da gibt es ganz viele. Und in einigen dieser Schulen gibt es zum Beispiel den Satz, Störungen haben Vorrang. Was bedeutet das? Es bedeutet praktisch, du wirfst alle Pläne über Bord, die du gerade hattest und beschäftigst dich mit dem, was da ist. Oder, habe ich hier auch schon oft erzählt, ich bin ja ausgebildet worden von mehreren so komischen Lehrcoaches, also die versucht haben, mir Coaching beizubringen. Alle guten Leute, das ist so ein gemeinsamer Nennen in meiner Wahrnehmung, also alle richtig guten Coaches machen Folgendes, egal wie unterschiedlich sie sind, egal welche Lieblingsschule sie angehören oder welche Lieblingsinterventionstechniken sie haben oder welche Lieblingsthemen oder welche Lieblingskunden sie haben. Sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie gehen an den Kunden ran mit einer großen Offenheit für das, was da ist, für das Gute und das Schlechte, so sagen sie es aber nicht, sondern für, was halt an Ressourcen da ist und was eben auch nicht an Ressourcen da ist, zumindest nicht momentan. Sie haben eine große Offenheit für das Menschliche, für das Menschliche als Menschliche. Und mit dieser Offenheit starten sie Experimente. Und diese Experimente, sie können durchaus Coaching-Interventionen sein. Das heißt, du machst etwas, du probierst was aus. Und wenn aber das nicht verfängt, tun sie sich leicht damit, das, was sie da vorhatten, also ihren eigenen Plan, sofort zu beerdigen und über Bord zu werfen. Vom gemeinsamen Coaching-Schiff, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Klienten sind. Sie sind also in einem Boot und wenn etwas nicht in dieses Boot passt, was aber vorher in ihrem Kopf war, also ein eigener Plan, dann verwerfen sie ihn, wenn er nicht funktioniert, und das relativ schnell und probieren was Neues aus. Sie bleiben nicht an ihrem Plan hartnäckig hängen, wenn er nicht sofort verfängt. Und das mag man kritisch sehen, ja, einfach, sie hätten dranbleiben müssen, ja, an ihrem Einmal, und wenn, wären sie nur dran geblieben. Aber das ist nicht das, was gute Coaches machen, nicht nach meiner Beobachtung. Und ich habe viele erlebt, ich habe von vielen lernen dürfen, und das habe ich als gemeinsame Praxis, als gemeinsame Angewohnheit guter Coaches erlebt, egal wie die sonst noch waren. Es sind hoch unterschiedliche Leute, aber das hatten sie gemeinsam. Ich habe das auch schon oft erzählt, als ich anfing, vor 15 Jahren oder so, oder länger, ist das jetzt eigentlich schon zu coachen, hatte ich in so komischen Formaten gecoacht, wo man die Kunden zweimal oder dreimal gesehen hat. Und als junger Anfänger ist mir Folgendes passiert, ich habe also in meiner Eigenwahrnehmung, und das kann auch täuschen, ja, das ist auch so, was man sich selber erzählt, um sein eigenes Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten, Selbstwertschutz, ja. Habe also ganz gut mit dem Kunden gearbeitet, war so meine Eigenwahrnehmung. Ja, was die Kunden sagen, muss man sie fragen. Also wir waren gut dabei, in einem einen Termin, und dann gab es einen Folgetermin, und dann machte ich mir Gedanken, ausgehend von dem, was ich im ersten Termin gezeigt habe. Also kurz gesagt, ich machte mir einen Plan, und zwar einen realistischen Plan, einen Plan ausgehend von dem, was eben im ersten Termin so Thema war. Und wann immer ich das gemacht habe, war das zweite Coaching, also der zweite Termin, furchtbar. Ja. Und dann habe ich gelernt, keine Pläne zu machen. Also mit einer größeren Offenheit, Leuten, die ich schon kannte, im zweiten Termin zu begegnen und zu sagen, ja, ich glaube jetzt vielleicht, dass ich weiß, worum es geht, und was Sache ist, und wie dieser Kunde so ist. Aber, der berühmte buddhistische Anfängergeist, ja, ich tue mal so, als hätte ich keinen Plan. Und Ähnliches kennt man zum Beispiel auch von Steve DeShazer, glaube ich, wird es zugesprochen, ich weiß nicht, ob es wirklich von ihm stammt, aber Steve DeShazer, einer dieser lustigen Koryphäen, die es mal gab, der angeblich gesagt hat, wenn ich eine Hypothese habe, in der Beratungsarbeit oder in der Therapie oder im Coaching, dann gehe ich in eine Ecke und warte, bis der Anfall vorbei ist. Ich glaube, er hat das Gleiche gemeint, wie das, was ich hier mit meinen stammelnden Worten versuche, auch zu sagen. Oder, was fällt noch in eine ähnliche Rubrik? Ich hatte gerade noch was im Kopf, aber da sind wir jetzt wieder bei Plänen. Also, kurz gesagt, wir müssen, wenn wir gut mit Menschen umgehen wollen, das heißt, freundlich mit Menschen umgehen, sehr kritisch sein gegenüber das, gegen unseren eigenen Vorstellungen und Plänen. Und wenn wir das nicht sein können, weil uns Strukturen eben dazu zwingen, stick to the plan, ja, also an unseren Plänen festzuhalten, weil wir Pläne erfüllen müssen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir im Resultat von unseren Mitmenschen als überaus unfreundlich wahrgenommen werden, mit der Zeit, auch wenn wir vielleicht vom Naturell oder von der Persönlichkeit her eigentlich ziemlich freundliche Menschen sind. Das ist dann das, was passiert. Also, es passiert was anderes, als was unsere Absicht ist. In der Regel gehen dann Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinander und dann kriegst du dann diese wunderbaren Menschen, die von sich selber, weil sie es ja eigentlich auch besser wissen, weil es ja auch eigentlich auch stimmt, glauben, sie seien unglaublich freundlich, aber das ist nicht, wie ihre Mitmenschen sie beschreiben würden, weil sie eben nicht das, was diese Menschen tun und lassen, als Freundlichkeit wahrnehmen. Denn Freundlichkeit wäre gewesen, wenn sie sich hätten öffnen können für das, was da ist, was menschlich da ist. und praktisch mit dem Menschen zu arbeiten, anstatt gegen ihn. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der beständig gegen den Menschen gearbeitet wird. Wir sind keine menschenfreundliche Gesellschaft, so viel lässt sich wirklich sagen. Obwohl wir alle Menschen sind, das ist ja fast schon ein Kunststück, wie wir das hingekriegt haben. Wir sind Menschen und kriegen es hin, eine menschenfeindliche Gesellschaft zu errichten und am Laufen zu halten. Das muss uns erst mal jemand nachmachen. Das ist gar nicht so. Also ich habe immer so die Vorstellung, wenn Aliens auf die Erde kommen würden, würden sie echt denken so, ja krass. Euer Ernst, oder? Das macht ihr wirklich so. Aber das ist natürlich nur eine Fantasie von mir. Ja, wie auch immer. Also Freundlichkeit besteht darin, unsere Vorstellungen und unsere Pläne beständig bereit zu sein, in Frage zu stellen und über Bord zu werfen. Auch alle Konzepte, auch alles, was wir gelernt haben und offen zu werden gegenüber dem Menschen, der da ist. In seinen Grenzen und Möglichkeiten. Und in der Regel ist er anders, als er in unserem Kopf ist. Also jeder Mensch ist eine lebende Korrektur zu unseren Vorstellungen und das die ganze Zeit. Und wenn man das also praktiziert, das ist Freundlichkeit. Also diese Offenheit für den anderen, die Bereitschaft. Das honorieren Menschen auch. Die nehmen das wahr. Wenn man also sagt, okay, ach, das wusste ich gar nicht. Habe ich eben noch ganz anders gesehen. Aber jetzt hast du mir das gezeigt, jetzt verstehe ich besser. Ich habe was gelernt, danke. Wenn man das sagt, das honorieren Menschen. Und ich hoffe, dass es so ist, dass sie das auch nicht als Schwäche wahrnehmen. Könnte ja so sein. Der hat ja keine eigene Position oder so. Oder der steht für nichts. Oder das ist windelweich. Das ist eine relativ souveräne Position, zu fähig zu sein, ganz offen eigene Pläne zu revidieren und zu sagen, ah, war ich auf dem Holzweg. Danke. Habe ich jetzt besser verstanden, warum das nicht funktioniert. Weil das und das ist halt ganz wichtig für dich. Hatte ich nicht auf dem Schirm, aber jetzt weiß ich es. Und über den Prozess, durch den wir jetzt gerade gemeinsam durchgegangen sind, habe ich gelernt, XYZ ist super wichtig für dich. Wusste ich vorher nicht. Oder ABC ist für dich unmöglich, was ich nicht hätte an können, weil für mich ist zum Beispiel ABC nicht unmöglich oder ich hätte dich halt nicht so eingeschätzt. Und wichtig ist halt dann immer, dass es ohne Wertung kommt. Also nicht abwertend. Weil du anders bist, als ich erwartet habe. Deswegen bist du irgendwie ein schlechter Mensch. oder stimmt mit dir was nicht. Bist du verrückt? Bist du unmöglich? Ja, dann natürlich nicht. Man kann Überraschungen nämlich auch so äußern, dass man also dem anderen dann so eine Karte zuspielt, wie schlimm er ist. Ja, dann funktioniert es natürlich nicht. Also sich von anderen Menschen was beibringen zu lassen, über sie selbst, das denke ich, wird im Guten wie im Schlechten, egal ob es was Problematisches ist oder Schwieriges ist, was man über den anderen Menschen lernt oder auch was ganz Tolles, was man gar nicht wusste, wofür der sich alles begeistern kann und was der alles toll findet und man wusste das alles vorher nicht. Also im Guten wie im Schlechten den anderen wahrzunehmen mit dem, was gerade da ist oder wie eine dieser komischen Schulen immer gerne sagt, ist aber nur eine von vielen, was im anderen lebendig ist. Das wahrzunehmen und dem anderen zu spiegeln, dass man es wahrnimmt, das wird als Freundlichkeit wahrgenommen. Und dazu sind wir in der Regel aufgrund unserer sehr begrenzten Aufmerksamkeitsspanne nicht in der Lage, werden wir Pläne erfüllen oder Pläne erfüllen müssen, weil uns Strukturen und Institutionen dazu zwingen, Pläne zu erfüllen. Und dann werden eben aus freundlichen Menschen mit guten Absichten faktisch extrem unfreundliche Menschen oft gegen ihren eigenen Willen. Und ich möchte behaupten, das passiert in unserer Gesellschaft die ganze Zeit und es passiert auch nicht wenigen. Ich würde eher sagen, es passiert uns allen ständig. Und das ist, um ein Wort zu benutzen von einem Menschen, dem er momentan sehr nahe steht, schade, extrem schade. Ceterum censio, Isonomia, esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Demokratie, die Isonomie, die Politi gelost werden muss.